Grüß euch, meine lieben, lieben Nachteulen. Und heute habe ich wieder eine neue Probandin für euch. Und ich werde heute eine ganz entspannende Schulter, Nacken, Rücken und auch ein bisschen hier so am Kopf Massage machen. Auch aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, mal ein bisschen noch näher dran, bisschen weiter weg. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt eine ganz, ganz schöne, entspannende Zeit. Und ich hoffe, du kannst gut dabei einschlafen. Okay. 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 Als erstes starte ich mit einer Kopfmassage ganz, ganz intensiv mit meinen Nägeln und Fingern. Okay. Okay. Wie ihr wisst, liebe ich Kopfmassagen. Sowohl als Geber, sowie als Empfänger. Ich finde, es gibt nichts, was einen schneller entspannt als eine sanfte und dennoch intensive Kopfmassage. Okay. 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 Ich kämme die Haare mit diesem hölzernen Kamm, was auch wie eine Kopfmassage ist, ganz, ganz entspannt. Ich kämme die Haare mit der 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 Haare. Ich kämme die Haare mit der 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 Haare. Ich kämme die Haare mit der Haare mit der Haare mit der Haare mit der Haare. Ich kämme die Haare mit der Haare mit der Haare mit der Haare mit der Haare. Ich kämme die Haare mit der Haare mit der Haare mit der Haare mit der Haare. Ich kämme die Haare mit der Haare mit der Haare. Alles okay, du sagst, wenn was nicht passt, gell? Auch der Schulternackenbereich bekommt natürlich Aufmerksamkeit, insbesondere der Trapezmuskeln. Ich kenne wirklich kaum eine Person, die nicht im Schulternackenbereich verspannt ist, was vielleicht auch daran liegt, dass wir alle so in unseren Fehl- und Schonhaltungen gefangen sind. TheseGetien hier gut. Ich kenne die Haare mit der Haare mit der Haare mit der Haare, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch Sauna oder Yoga-Kurse. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Entspanne dich mit Katlin und stelle dir vor, ich würde dich massieren. Mit meinen warmen Händen und eine ganz liebevolle Berührung. Okay. 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 Auch der gesamte Rücken bekommt natürlich noch meine Aufmerksamkeit. Mit Knetungen und weiteren intensiven Griffen, das geht dann schon wirklich tiefer ins Gewebe. Diep, dieptisch, dieptisch Massage. Diep, dieptische Massage. Und auch diese Hautrollungen sind wirklich super, super entspannend. Und die lockern das Gewebe. Stell dir vor, ich würde jetzt dein Gewebe, deinen Rücken lockern. Lockern, lockern, lockern. Vielen Dank. Atme tief ein und aus. Entspanne dich. Lass dich von meinen Handbewegungen hypnotisieren und in einen tiefen, tiefen, tiefen Schlaf begleiten. In einen tiefen, tiefen Schlaf begleiten. In einen tiefen Schlaf begleiten. In einen tiefen Schlaf begleiten. In einen tiefen Schlaf begleiten. Massage. Ich hoffe, du konntest gut entspannen und bist im besten Falle schon eingeschlafen. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut. Und wenn dir die Art des Videos gefallen hat, schreib mir gerne einen Kommentar dazu. Auch wenn es dir nicht gefallen hat. Okay. Dann schlaf gut. Schlaf gut.